Willkommen zurück zu Turok. Ja, und der ist wieder gespawnt, dieser elende Bastard. So, jetzt will ich aber endlich mal da hin. So, Leben her. Wo geht's hier hoch? Ich kann hier speichern, okay. Und ich könnte mir... Oh, was denn das? Aha. Okay. Führt das irgendwie zum Geheimnis? Okay, das muss ich jetzt noch mal ein bisschen näher untersuchen. Aber vorher guck ich hier mal. Gibt's hier noch was? Nein. Hm, was war denn das? Okay, man muss also da hinspringen, glaube ich. Ich will noch mal diese bunte Dinge haben. Da war es gerade. Stopp. Ohne Sohn. Ah, nimm mal die mal. Also viel Schuss haben wir nicht mehr. Da oben ist eine neue Waffe. Ah, könnte das eventuell sein? Jetzt hat mein Kater gerade wieder an meinen Headset rumgeknabbert. Und deswegen hat das gerade so komisch geknistert. Ich hoffe mal, dass ich noch zu hören bin. Sorry. Wenn man da nicht aufpasst. Ja, hau bloß ab. Ah, da hätte ich doch reinkommen können jetzt. Jetzt muss ich immer ein Auge auf den Kater haben, dass der sich nicht... Der zieht immer hier an der Ecke von der Couch, zieht dann einfach immer das Kabel. So sehe ich hier nur Katsch darauf rum. Ja, das hatten wir doch auch schon. Ne, das ist nichts Neues. Nichts Neues. Aber irgendwas muss ja hier... Moment, wir waren ja da hinten noch nicht, ne? Irgendwas muss es ja hier zu erledigen geben. Hier zum Beispiel. Okay, ein paar Libellen. Oh, hier muss es doch noch mehr geben wie ein paar Libellen. Bisschen Munition. Kümmer auf. Waren wir nicht hier schon oben? Waren wir nicht hier schon mal? Okay. Da gibt es Rüstung. Ähm. Und hier sind Schalter. Ah, ich verstehe. Ich muss die Schalter betätigen. Und dann muss ich nochmal durch das Ding. Diese Viecher, die spawnen mir einfach zu viel, ey. Leben ist immer gut. Achso, jetzt sind wir hier nochmal. Okay, dann können wir gleich nochmal... Aber das mit der Waffe da oben, das hat bestimmt was zu tun mit den unsichtbaren Dings hier. Muss ich wirklich hier... Muss ich wirklich hier... Echt jetzt? Warte mal. Ich hab's doch, ne? Ja, das Ding hab ich ja. War das nicht, das äh... War das nicht das hier? Ja, das war's. Okay. Man muss die Knappe nochmal drücken? Es geht auf Zeit. Okay, auf Zeit. Wo war das mit der Lava? Hier kam ich hoch. Nein, hoch. Hier hinten war doch so ein Ding, ne? Nein! Hier war nicht so ein Ding. Ich glaub, der kürzeste Weg war da schon, den ich grad gegangen bin. Okay, hier kann man sich ja ewig aufhalten. Halt. Nein. Ich wollte eigentlich was anderes. Ah, Mist. Ich wollte eigentlich nochmal das probieren. Ob das mit der Rüstung, das geht auf Zeit. So, hier. Was geht doch darüber? Okay, jetzt ist es nicht mehr durchgehend. Man muss springen. Wo jetzt? Hier hin? Hier hin? Hier hin? Das geht bestimmt zu der Waffe. Könnte ich wetten. Hier hin? Noch ein? Ja, jetzt hier hin? Ach komm, macht's nicht so spannend. Dieses hin und her. Das geht tatsächlich zu der Waffe. Jetzt will ich es auch haben. Wow. Das ist ein Raketenwürfer. Okay. Ja, die Raketen fliegen aber ganz schön. Den heben wir uns mal lieber auf, würde ich sagen. Mit der habe ich ja gerade geschossen. Zu dem Portal da. Da geht's ans schnellsten hin. Und das mit der Lava ist ja viel zu weit entfernt, ne? Haben wir hier wieder Leben? Okay, dann haben wir das jetzt auch schon mal. Ja, aber brauche ich jetzt die Rüstung unbedingt? Ich weiß nicht. Eigentlich schon, aber... Wisst ja, ich und so eine Auf-Zeit-Dinger. Das ist, ähm... Katastrophal. Ich will mal hier woanders lang gehen. Und hier auf die andere Seite. Da oben liegen noch, äh... Richtig gute Schrot. Ach, hier ist das. Okay, da gibt's mehr als, äh, Dings. Okay, kann man... Nee, kann man nicht. Wie viel Zeit vergeht dann, bis das wieder runter geht? Was geht eigentlich, ne? So, dann müssen wir... Was hab ich gesagt? Die Viecher müssen erst mal weg. Da hoch springen und dann zu dem Portal. Ist das immer noch? Immer noch. Okay. Jetzt geht's da runter. Okay. Ja, hätte ich auch von hier hinten aus machen sollen. Okay, wir müssen nur zu dem Portal da oben hin. Das heißt... Einmal hier. Einmal hier. Oh, das müsste doch eigentlich... Die Rüstung haben wir schon mal. Aber man kommt nicht. Doch, man kommt. Ultraleben. Aber, okay, die Waffe. Was ist das für eine Waffe? Gatling? Okay, wir landen in der Mitte. Von der Mitte aus hier rüber ist ziemlich schwer. Wir könnten es ja nochmal probieren. Okay. Brauchen wir nur die beiden machen. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Oh, Mann. Scheiße. Das Vieh, das nervt mich auch gerade da unten. Ist wie da unten, ne? Ja. Naja, ist egal jetzt. Ich will jetzt hier nicht... Ich wollte eigentlich jetzt... ...endlich mal wieder ein... ...Dings finden. Da können wir hoch... Da waren wir wahrscheinlich schon oben. Hier kann man auch noch lang. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Wo geht es denn hier lang? Ach, zu einem... ...Portal. Okay. Ähm. Das ist ein Labyrinth, ne? Oder? Was anderes kann ich hier sowieso nicht machen. Also gehe ich hier runter. Da ist jemand. Oh, jetzt haben wir wieder zwei Leben. Ist das nicht schön? So, warte mal. Ging das hier nicht? Die Waffe ist selbst für dich ein bisschen zu hammerhart. Oh, da sind gleich zwei. So. Ich will auch 100 Schuss, aber hier ist ja noch was. Oh je je, das holen wir uns noch. Bevor wir da in die Höhle gehen. So, Moment. Hier waren wir. Okay, da hat wieder eine... Aber ich will da hin. Warte mal, warte mal, warte mal. Hm, warte. Hier hin. Ja, und zwar erst wieder Fünfe oder was? Ist aber egal. So. Hier dürften wir jetzt alles haben. Wir können da... ...hier rein. Okay, ein Schuss und ich so glatt. Stopp. Keine Schrot. Warte mal. Dann nehmen wir jetzt mal Schrot. Da spawnen jetzt welche. Und ich bin, ich bin hey. K 어�se ungegnung. Das wäre sch Senjum. Da schmeckt. Das war's mir. Ich habe carporie. K reefis. Warte mal. Ich habe dem, ich glaube, Du geht aber Pipon. Oh es? Ganz ruhig, mein Junge. Kann man hier untertauchen? Nee. Was ist das für einer? Ich hoffe, nur eine. Was? Oh, da hinten schießt aber einer. Der hier. Oh, raus ist das Wasser, ist schrecklich. Finde ich. Okay, die Granaten. So. Warum die alle her immer? Alter, dieser blöde Leichnam hier. Okay, nehmen wir die Waffe. Rucksack. Okay, hier geht's tot. Auch tot. Okay, machen wir ihn hier an. Okay. Okay, da hinten haben wir eins. Super, super. Ah, hier haben wir aber noch. Nein. Oh, nö. War das jetzt nötig? Jetzt haben wir kein Leben mehr. Ach doch, eins müssen wir haben. Wir haben ja wieder eins, zwei gehabt. Ja. Vier. Vier. Ach so, man muss so aufpassen. Ja, und jetzt kommen die alle nochmal, oder was? Pisset euch. Wir ätzenden. Was weiß ich hier. Ich wollte mich doch nur hier umschauen. Und auf das, äh, da, ne? Oh. Bleib mal umschauen. Was? Zwein. Ei, 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 ei. Das wird's. Da hinten sind auch noch welche. Den haben wir. Den haben wir auch. So. Boah, ich sieh es kommen, ey. Ich krieg Schaden hier. Okay. Au. Nein. Oh, das ist ja fies. Jetzt haben wir kein Leben mehr. Ich wollte aber da noch am Rand da, das ganze Zeug holen. Boah, das wird jetzt schwer. Piss dich. Wenn man das selber mit dem... Boah, und die jetzt wieder sind auch wieder da. Wo ist das? Wie ist das? Fiese Nummer ist das? Nein Oh Mann Nein Oh mein Gott Tja Jetzt muss ich das ganze Level normal machen Ist das nicht widerlich Das war hier Und ich denke mal Moment mal Ja ein Schlüssel haben wir behalten Den zweiten hat er nicht anerkannt Warum auch immer Naja zumindest wissen wir jetzt Wissen wir jetzt Was wir machen müssen Na gut Dann mache ich hier erstmal einen Schnitt Weil Zeit ist ja auch schon wieder rum Dann müssen wir halt das nächste Mal Aber die Waffen habe ich doch noch oder Gatling Ne der Raketenwaffe fehlt Den müssen wir uns auch noch mal holen Dann müssen wir wahrscheinlich Das ganze Level 4 nochmal machen Aber eben mit Vorerfahrung Jetzt wissen wir ja ein bisschen was wir da zu tun haben Und ja Okay dann sage ich mal Nicht so einfach das Spiel muss ich sagen Echt Also die ersten Level Die ersten beiden zumindest Die waren ja eigentlich richtig leicht Das dritte war schon ein bisschen anspruchsvoller Aber das vierte jetzt Uiuiui Bin hier mal gespannt auf 5 und 6 Und den Rest und so Na gut dann sage ich mal Tschüss bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt Turok Und vielen Dank fürs Zuschauen Ciao